Drahtesel Fahrrad Ich fahre immer mit dem Drahtesel zur Uni. Auf den zahlreichen Radwegen kann man die Region wunderbar per Drahtesel erkunden. Du solltest mehr Sport treiben. Schwing dich doch einfach mal wieder auf deinen Drahtesel. Schwing dich doch einfach mal wieder auf den Drahtesel. Schwing dich doch einfach mal wieder auf den Drahtesel. Schwing dich doch einfach mal wieder auf den Drahtesel.